Herzlich Willkommen zur FIFA 15 Demo. Diese Demo wurde, jetzt lasst mich mal lügen, am 9. September released. Genau. Jetzt haben wir es zwei Tage später und wir spielen mal ein bisschen. Also ich spiele mal Barcelona gegen Manchester City. Ich weiß gar nicht, auf welchem Schwierigkeitsgrad das ist, weil ich keine Einstellung gesehen habe. Oh, da haben wir Spieleinstellungen. Stellen wir mal auf Profi hin. Okay, das passt hoffentlich dann so alles. Das Team-Management gehen wir nochmal schnell. Ich zeige hier nochmal das Team-Management. Übrigens, ich habe es in einer Prognosenfolge schon gesagt, es wird kein FIFA 15 von mir geben. Also nicht vom normalen Spiel. Das sollte nicht so passen. Ja. Weil ich mir es nicht kaufen würde. Ja. Das ist schön. Können wir jetzt schnell einen weitermachen. Oh Gott. Ähm, warum werde ich es mir nicht kaufen? Ja, 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 jetzt bin ich... Ja, jetzt sei leise. Entschuldigung, ich muss den Kommentator ausmachen. Oh, Spieleinstellungen. Audio. Ja, komm, zwei. Lassen wir ihn mal. Wir wollen ihn ja nicht ganz mundtot machen. Ja. Wir haben nur noch Pressefreiheit. Also, ich werde es mir nicht holen, äh, weil ich nicht, äh, für die PS... Weil ich habe bloße PS3. Ich habe keine PS4, ne? Ich kann es jetzt hier nochmal schnell erörtern. Ähm, und dafür lohnt es sich einfach nicht mehr. Da ist die Engine einfach zu schlecht. Weil man sieht hier, oder man dürfte jetzt dann gleich sehen, die Spieler, die bewegen sich viel besser, viel runder. Na gut, der war scheiße, der Pass. Äh, aber auf der PS3 ist das nicht mehr ganz so gewährleistet. Da haben wir immer noch irgendwelche, ja, blöden Abspielfehler und so weiter und so fort. Und bis ich in die PS4 habe, lohnt sich das nicht. Gut, auf dem PC wäre eine Option, aber PC hat ja kaum jemand, mit dem ich dann auch zusammen spielen könnte. Zum Beispiel mit Fabi oder Max. Das ist das nächste Problem. Deshalb hole ich es mir auch nicht für den PC. Vor allem, dass wir dann auch wieder 50 Euro, ne? Die ich ausgeben müsste, die ich nicht habe. Weil ich dieses Jahr einfach, boah, na, dieses Jahr einfach, ähm, Unity und Rogue geiler fand. Und dafür ist das ganze Geld draufgegangen. So, jetzt können wir mal hier versuchen, einen Schlenzer. Ja. Man hat gerade vorhin schon eine Neuerung gesehen, ähm, als Iniesta gegrätscht hat. Da hat Iniesta dann den Ball behalten. In FIFA 13 wäre der Ball weggeflogen. Und der hätte ihn sich erst wiederholen. Ups, was war das denn? Erste hätte ich wiederholen müssen. Ja. Also das war ganz schön. Aber in FIFA 16 werde ich bestimmt wiederhaben. Also das kann ich schon mal sagen. FIFA 16 werde ich mal wiederholen, weil dann werde ich mir nächstes Jahr nämlich auch eine PS4 holen. Und dann machen wir das. So, ich hoffe, ich werde sie nicht ganz verkacken. Ich habe vorgestern am Abend schon ein paar Spiele gespielt. Boah, da gingen ja die, die Origin-Server waren ja, haben die überhaupt nicht ausgehalten, diesen Andrang. Bei der FIFA-Demo. Also da ist dauernd, äh, Download abgebrochen. Als, äh, kurz nach Release. Also das haben die überhaupt, ups, soll er, das haben die überhaupt nicht gepackt. Ähm, einen Torwart, äh, Torwartfehler oder der, was heißt Torwartfehler? Unsicherheiten, sag ich jetzt mal, äh, sind viele drin. Äh, na gut, viele, viel mehr als beim 13er. Werden wir bestimmt auch noch sehen, dass der Torwart den Ball nicht fängt so an, irgendwie bloß noch abklatschen kann. Also nach vorne abklatschen lassen kann. So. Mascherano. Ja gut, die Kader sind noch nicht geupdatet. Zum Beispiel, äh, bei Liverpool spielt auch noch Pepe Reiner, der jetzt Bayern gegangen ist. Ah, hey. Da war doch kein Foul. Ja gut, Grafik brauchen wir nicht drüber reden. Das ist, ist geil. Boah, wir sind hier am PC. Aber auf der PS3 lohnt sich's halt einfach nicht mehr. Ja, fang an. Fängst du an. Oh. Ja, der war mal schön, mir in die Arme. Du spielst ja. Ja, du Skets. Neymar. Neymar. Ey. Oh Gott. Kommt der da noch vor mir an den Ball? Ey, Spinn. Ja, Joe Hart. Schießt aus. Javi. Oh, genau. Da wollte ich ihn hinhaben. Da ist er in der IES. Nein, in der IES. Da kommt nicht dran. Ui. Ui, ui. Aguero jetzt mit dem Gegenzug. Oh, ho, ho, ho. Piqué hat schon gelb. Ne? Das muss jetzt nicht sein, dass der da fliegt. So, IES da. Ja. Oh. Oh, der kommt sogar durch. Der passt von Suarez. Aber kann er nix mehr machen. Der IES da. Da waren zwei Leute da. Okay, das hat sich anscheinend noch nicht behoben. Holla, die Waldfee. Was macht er denn hier? Dass sich die Gegenspieler gegenseitig umrennen. Ja, klar. Dass sich die Mitspieler gegenseitig umrennen. Ne, ich will da nach vorne. Verdammt. Die wollten nicht nach vorne passen. Kann das sein. Ja, was das ist, also warum man da jetzt den Anstoß dann zeigt, das weiß ich auch nicht so genau. Aber gut. Wenn sie meinen, sollen sie das machen. So, Alves über rechts. Suarez. Suarez. Oh, da ist Messi. Oh, da hat sich den Ball ein bisschen zu weit vorgelegt. Aber das ist eigentlich schon im Großen und Ganzen ganz viel besser geworden. Was jetzt hier so dieses Ballvorlegen angeht. Also ich vergleiche das jetzt immer mit der PS... Oh, eu, 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 eu. Mit der PS3-Version. Natürlich nicht mit der... mit der PS4-Version. Weil ich die, wie gesagt, nicht habe. So, Neymar. Oh Gott, das will ein Suarez. Wie viel hat der gekostet? 70 Millionen? 70 Meter drüber. Zabaletta. Ist da. Oh, ich dachte, Suarez läuft in die Lücke. Darum habe ich schon mal das Pass nachgefangen. Pique... Oh, eu. Oh, eu. Boah, gut. War kein Foul von Piqué. Wie gesagt, der hat schon gelb. Oh, aus dem Hintergrund kommt Iniesta, aber das... war knapp. Da hat er den Ball nicht richtig getroffen. Irgendwie mit dem Schienbein, so. Bisschen. Ja, komm. Die Animation braucht man auch nicht jedes Mal sehen. Wie er sich da den Ball hinlegt. Was ist das denn? Okay, erstmal ein Gegenspieler abgeschossen. Alba. Ich habe da zum ersten Mal Alaba gelesen. immer gedacht, was? Alaba? Falsches Team, ne? Meine Jodi Alba. Und jetzt würde ich mal sagen, bitte einmal zurück, meine Freunde. Von Neymar. Iniesta. Iniesta, oh, der war schön. Oh, mein Gott. Scheiße. War es durchgekommen. Ja, wechseln. Da fühlt er nach so. 68. Da haben wir es. Da in der Mitte steht niemand. Doch, da stand jemand, aber ich meine, es kommt niemand ran. So, Busquets. Iniesta. Busquets. Neymar. Messi mit dem Kopfball ist jetzt nicht so der Brüller. Und noch mal. Da ist Neymar durch. Da ist Neymar durch. Neymar, Neymar. Oh Gott, Joe Hardheld. Ich dachte, der kommt raus und ich dachte eigentlich Messi. Neymar macht den mit dem rechten Fuß. Ich wollte ihn dann mit dem rechten Fuß so ins rechte Eck drehen, aber mit dem linken Fuß ins rechte Eck drehen ist ihm ein bisschen blöd. Man sieht hier keine Schnitte. Aber das sollte ich lieber nichts sagen. Weil man kennt es ja. Wenn man sagt, ist es schon passiert. Das Gegentor. So. Dann haben wir. Suarez. Jetzt ist aber keiner mehr da. Der einem helfen könnte. So. Company. Ausgeschaltet. Suarez. Uh. Da war aber hart noch dran. Was? Abstoß. Okay. Wir wechseln mal. Oder wir versuchen zu wechseln. Z.O.M. Iniesta oder Javi. Huch. Ach so, das ist dann die Aufstellung. Okay. Also packen wir mal Iniesta. raus gegen den hier. Gegen den hier ist auch geil. Ähm. Aber sonst. Wir können vielleicht mal Pedro reinpacken. Naja, versuchen wir es mal gegen den mal. Okay. Und dort war's. Und dort war's. Gehen. Weil die gehen noch immerhin nacheinander raus. Also erst wenn der Typ an der Anzeigentafel das gezeigt hat. Dann wird doch gewechselt. Ähm. Wechseln die doch. Oder. Ja. Gehen halt raus. Beziehungsweise rein. Aber nicht immer zwei. Aber nicht zwei gleichzeitig. Also das habe ich bisher noch nie gesehen. Gehen. Touré. Gott, ich bin es gar nicht gewohnt, dass die Namen über den Spielern nicht angezeigt werden. Uiuiui. Aguero. Setzt sich da fast durch. Gegen unsere Verteidiger. Was war das denn? So, Pedro. Jetzt mal raus. Okay. Abpfiff. 0-0. Ich bin gespannt. Gibt's jetzt Ab... Äh. Abstoß. Ja. 0-0. Abstoß. Dann gibt's jetzt Verlängerung oder war's das jetzt? Ja. Okay. Es gibt Verlängerung. Nein. Wir machen natürlich klassisch. So, die Taktiken hätten wir ja wieder da. Machen wir mal Presseln und Konter. Weil irgendwie beim... Das Konterspiel funktioniert hier nicht so richtig. Ah, da haben wir Rakitic. Ach du Scheiße. Was war das denn? Ah, das war auch scheiße. Okay. Gut. Kann man ja mal machen. Ne? Suarez. In Verlängerung den Ball ins Ausschließen. Ja. Hart. Schlaf nicht ein. Okay. Den haben wir, den haben wir, den haben wir. Ja. Los geht's. Was mir aber immer noch fehlt, ist so eine Aktion Abbruch-Taste. Also das fehlt mir immer noch. Weil diese Scheiß-Restbefehle, die man da manchmal drin hat, das ist dann schon für den Arsch eigentlich. So, Urez. Geht jetzt. Ah, geht nix. Geht nix. So, jetzt mal Flanke. Hier da ist. Niemand. Okay. Vielleicht sehen wir hier sogar einen Elfmeter schießen. Ja, mein Gott. Weil das ja meine Augen nicht aufmacht. Ja, okay. Für den Suarez. Würde ich nicht machen. Vielleicht beißt er zu. Okay. Okay, nach vorne. Oh, den haben wir. Oh, nee. Doch. Nein, haben wir nicht. Scheiße. Nochmal. Drauf. Drauf, Jungs. So. Jetzt ruhig. Naja. Ruhig sowieso. Jetzt geht's nämlich an den Seitenwechsel. Mensch, das sind ja noch keinen einzigen Schuss aufs Tor. Bei uns. Oh, der Suarez geklappt. Ja, in FIFA 13 wäre ich damit jetzt den Gegner reingerannt. Oder in FIFA 13 auf der PS 13. So. Oh. Na, Piqué hat das. Piqué hat den Ball. Keine Angst. Oh je. Da kommt Messi nicht ran. Schaut alles wirklich nach einem Elfmeter schießen aus. So, abnehmen. Jovetic. Nein, auch Jovetic. Uiuiui. Lucke. Lucke, Lucke. Ach, du Scheiße. Da schaut Herr Stegen auch bloß hinterher. Der stand irgendwie auch vollkommen start, Herr Stegen. So. Mit der Seite. So, Abstoss. Dreieinhalb Minuten. Und dann ist es vorbei hier. Mit der Verlängerung. Aber vielleicht haben wir noch mal eine Chance. So, Suarez. Suarez auf Pedro. Oh, wer hat ihn? Wer hat den Ball? Pedro. Seid ihr mal mit dem Weitschuss? Na, Gottes willen. Da lacht Joe Hart nur. Und das war's. Wir sehen einen Elfmeter schießen. Na, geil. Äh. Jo. Lassen wir so. Ja. Mal schauen, wie das ist. Okay. Gott, 1-0. Ey, ich hab noch mal rechts gemacht. Ich hab noch rechts gedrückt. Okay. Das ist anders als in FIFA. Oder in FIFA 13. Da geht das Ganze... Oh Gott. Äh, da geht das Ganze ein bisschen schneller, was die Steuerung angeht. Boah, der war knapp. Boah, Pfosten. Schön. Kleiner Vorteil für uns. Okay, ich muss mehr nach rechts lenken als nach oben. Hab ich schon kapiert. Ah, scheiße. Silber getroffen. Oh, der war kacke. Ja, und der auch eigentlich. Aber... Wir haben's gewonnen. Das ist ja der Hauptsache. So, na. Die Leute freuen sich. So, das war's. Für diese Folge. Aber ich werde vielleicht doch ein bisschen was machen. Mal schauen, wenn ich Lust hab. Wenn ich keine Lust hab. Müssen wir sehen. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. own.